Wir sind wieder zurück. Jetzt erst auf. Ja, da sind wir wieder zurück. Ich weiß, ich muss immer ein paar Sekunden warten. Das vergesse ich immer. Ich probiere nochmal im dritten Stock, ob ich da nicht aufzukomme. Wenn nicht, probieren wir jedes Stockwerk und suchen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe vor mir ja schon so viele Schlüsse gefunden. Ich weiß zwar nicht mehr, wofür da mit der Iris war, aber da war wofür da was anderes. Wow, es ist ganz offensichtlich, wenn du das findest, wofür es ist. Dann ist es so offensichtlich. Hi, wie geht's dir? Ist es schön am Boden da? Liegt es, ist schön. Sieht es schön. Ja, macht es gut. Schön Bodenarbeit. Blutlarven. Ja klar, wenn ich an dem Bank bin, dann rennst du. Idiot. Dann warten wir das hier. Nee. Nein. Gut. Karte. Räumen wir das Feld von hinten auf. Äh. Warst du denn schon im... Hier, letzten Raum guck ich nochmal. Nein, mir geht's eher um die Räume ganz unten. Achso, warte. Obwohl, der hat den Raum auch offen seit einer zweiten Etage. Warte. Der hast du nämlich nicht kontrolliert, ne? Das ist Room. Den hast du nicht kontrolliert. Ach, weil man den nicht kontrollieren kann, da war ja das Gitter. Aber ich hab mich halt dieser Hinterkontrolle. Weil da das Gitter nicht mehr ist. Achso, ja, stimmt. Da ist das Bett vor. Nein, nein. Das Gitter ist wirklich ein Rollgitter. Ja. Wie für so, ähm, Kauf... äh, Einkaufsleben. Da kann ich durch den... Nein, das kann nicht durch. Fuck, das wollte ich nicht. Irgendwann muss ich mich nicht nennen. Es dauert immer ein bisschen, bis du wieder auf die Karte kommst. Ach, die Kamera ist schon wieder schreckt. Ich könnte kotzen. Hallo, wie wär's mal mit mir? Denk mich. Machen wir's nochmal anders, so. Jetzt sind wir wieder drauf. Dankeschön. So. Durch den Dayroom kann ich nicht. Der, äh, das, ähm, da komm ich nicht hinter. Geh doch mal näher ran. Ey, wüsste wie? Außerwärter. Aber wie du so musst. So wie du so musst. So wie du rausrommst, so musst du auch rein. Achso, das wusste ich nicht. Bei diesem Spiel wusste ich nicht. Da kann ich nicht liegen. Die Hellen-Toilette hast du noch nicht überprüft. Weißt du wie? Da. Und Doktors Lounge. Äh, Doktors Lounge, Doktors Lounge. Doktors Lounge, da. Doch, da war ich da schon drin. Nur von anderen Seiten nicht. Ja. Mal gucken, ob du da noch was findest. Und Küche hast du auch noch nicht überprüft. Aber das ist wahrscheinlich die Tür, die in Kitchen. Ähnlich geht. Kitchen, Kitchen. Da komm ich nicht hin. Ja. Da steht ja die ganzen Sachen vor. Mal hoch. Das geht ja alles nicht. Ich guck nochmal die Räume in der Mitte nach. Und die Hellen-Toilette. Da kommst du eh noch nicht hin. Ich will ja sagen. Da kämpfst du eigentlich hin, wenn du von dem Pyramidenhut runtergeworfen wirst. Was schon kam, aber anscheinend noch nicht kam. Aber es kam schon. Es kam schon. Warum nicht? Frag mich nicht. Weil du ja wieder von vorne anfangen musstest, wo du das Rätselschasch gemacht hast. Dadurch hattest du das Ganze nicht. Stimmt. Das musst du jetzt alles normal machen. Ja, das muss ich besiegen. Deswegen, wenn du die Aufgaben gekriegt hast, speichern. Eigentlich. Ja. Wir gehen nochmal ganz nach unten. Wir sind auf dem zweiten Stock. Dritten. Ja, mit den vielen Türen ist der dritte Stock. Der zweite Stock hat nur vier Türen. Schön. James. Murphy war das Eckenkind. Ja. Murphy war das Eckenkind und James liebt Wendel. Wie David. Richtig. Und kleine Schweinchen. Ach, im Keller war ich auch noch nicht wieder. Sollte ich ja auch gehen. Ja, stimmt. Geh mal in den Keller. Gut, dann geh mir jetzt erst in den Keller und dann in den ersten Stunden. Aber das dürfte eigentlich noch nicht kommen. Oder? Da sollte ich was finden. Ja, ja. Ich weiß. Aber es ist erst, wenn du das auch findest, wofür du es brauchst. Wenn es in den Keller kommen würde. Ja, ja. Sollte ich ja. Also kommt es erst da rein, wenn du das findest, was du brauchst. Dafür. Gut, also häng nicht fest. Weil ich wirklich keinen Plan habe. Ich weiß es leider auch nicht. Ich bin da mehr oder weniger reingestolpert. Wie es mir auch mal verwendet ist. Der Elevator. Hier ist der Doktor. Der Doktor ist abgeschlossen. Von dieser Seite. Dann geh von der anderen Seite. Von der anderen Seite komm nicht rein. Von dieser Seite ist er abgeschlossen. Gut, dann gehen wir doch mal ins Herrenklo. Das ist dazwischen. Das ist Herr Knoll. Nein. Ich bin mit in der Tür davor. Gut. Das ist wohl kaputt. Ich kann ihn nicht öffnen. Dachte ich mir. Ja. Das ist einfach nur für die Karte. Weil das einfacher ist, wenn alles eingezeichnet ist. Gut. Dann gehen wir jetzt nochmal in den Doktor zu. Mein Auge juckt. Nein. Wenn sie nicht. Scheiß Allergie. Ich kontrolliere hier einfach mal alles. Auch hier sind die Tische nochmal. Das sind hier die Unterlagen. Die hatte ich ja direkt, wo ich hier... Du hast doch das Blackboard. Ich weiß es gerade nicht auf Deutsch. Schwarze Bretts? Nein. Nur das Slinge hier. Aber es ist nichts, was für mich sehr interessant wäre. Ja. Doch. Hier war ich mit Maria schon drin. Ja, ja. Aber hier ist wieder die Dings. Eine... Das ist nicht die Schreibmaschine, die du brauchst für dieses Ding. Das ist neben der Schreibmaschine, was du besuchst. Gut. So dieser Kiste. Das ist der Schlüssel zu dieser Kiste. Toll. Es wäre nochmal nett, wenn du mir die Zahlen sagen würdest. Die sind da nicht, weil es ist die falsche Schreibmaschine. Habe ich dir aber gerade schon gesagt. Gut. Aber wo ist die andere? Maybe. Hier sind noch andere Räume, richtig? Ja, aber die habe ich schon alle frei. Warte, ist das nicht klar? Oder war es da ja auch gerade schon drin? Ich bin auf der richtigen Seite. Nicht der schwarzen. Ich war da immer müde. Ich auch. Jetzt war ich hier war ich auch schon. Schreibe ich die Medizin schon mal, was für mich interessant ist. War ich auch schon mit Maria drin? Ja, warst du. Das war eine Aussage, keine Frage. Entschuldigung. Hier auch. Äh, wäre schön, wenn du mich vorbeilassen mit dem Sessel. Was ab dem ganzen Tisch verstreut. Hier wird es nicht was besonderes Andréa. Hanke ist kaputt. Ich habe ja mit mir... Habe ich ja Witze bei diesem kleinen Kühlschrank hier gemacht. Hm. Hängt ein Notiz an dem Kühlschrank. Nur den mit mir. Keine Medikamente. Etage 3 wurde mit Patientenflügel 7, 3, 3, 5. Dritte Etage 4 mit Patientenflügel. Okay. Ich hatte doch die Nummer gesagt. 7, 3, 3, 5. Aha. Oder nicht? Äh. Aber du hast es sowieso schon offen. Du erinnerst dich? Das ist das... Die Kiste. Nein. Das ist nicht die Kiste. 7, 3, 5. Was habe ich denn da schon offen? Die Tür für die rechte Seite. Wo die ganzen Zimmer sind. Ja. Dafür brauchte ich die Nummer. Die hatte ich dir gesagt gehabt. Okay. Oh no. Und da hättest du sie gefunden. Hättest du alles kontrolliert. Ja. Und sich jeden Pixel hier angucken muss. Das ist so. Was ist wirklich gut. Leider war. Dass man sich jeden Minipixel hier angucken muss. Okay. Dann gehen wir in die zweite Etage und gucken. Da nochmal alles an. Du wirst ja ausrasten bei den Brunnen, wenn du so weiter machst. Ja. Ich bin ja schon fast ausgeraust und ich hab alles kontrolliert. Ja. Das ist, was du meinst. Gut. Du kannst ja schon mal das freischlagen. Gut, das kannst du, wenn es ist. Ich kann erst stechen, aber ich weiß nicht mehr, wie man schlägt. Ich weiß nicht. Die Waffe kannst du, glaube ich, sowieso nur stechen. Ach so. Gut. Ist auch besser so. Das kommt auf die Waffe, glaube ich. Ich halte sie mir immer lieber vom Leib. Wo will ich hin? Ich find die Treppe nicht mehr. An der anderen Seite. Ja. Hättest du sein können. Ich find die Treppe nicht mehr. So ein. Einmal den Gang runter. So ein. Murphy. Ach. James. Warum kann er nicht mit dem Schiffsen? So ein. Dreck. So ein verdammter Dreck. 10 Minuten. 11 Minuten gleich. Wenn ich mich zu viel kippe, dieser Stuhl kippt. Ich weiß. Dieser Stuhl hat kaum Schrauben. Mhm. Meine Lippen fühlen sich halt so taub an. Ich weiß nicht, warum. Der Zunge ist kaputt. Die Lippen fühlen sich taub an. Ja. Es kann keine allergische Reaktion auf irgendwas sein. Klar kann. Aber ich wüsste nicht, worauf. Dass bei Lippen jetzt dann taub sind. Aber es ist normal, dass in der Ehe stark die allergische Reaktion im Mund, dass der Mund- oder Rachenbereich offen ist und taub. Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, warum. Das ist doch oft bei Kindern so. Wenn die gegen irgendwas allergisch sind im Mund oder halt da Bakterien, nicht Bakterien, was ich meine, haben, dann ist das Wund, tut weh, ist offen. Ich habe das jetzt schon drei Tage, dass meine Zunge offen ist. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht, warum die offen ist. Die ist kaputt. Da kommen wir rein. Und die nächste kommen wir auch rein. Und danach die nächste ist wieder zu. Dann ist wieder zu. Und die letzte ist offen. Du warst, glaube ich. Ja, offen. Offen, zu, zu, offen. Hey! Magst du das, Magst du? So, gucken wir uns hier an. War das eigentlich oder war das gar nicht in dem Spiel? Was denn? Kann ich jetzt nicht sagen. Okay. Aufkammer, kann ich dir das sagen. Gut. Wir haben ja gleich. Aber ich weiß nicht mehr, was da, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, was da war. Wie? Muss ich auf jeden Fall gleich wieder einkreuen, dann mal zu. Später. So, der nächste ist auch offen. So, da hat mich dann nicht wieder jemand überrascht. Dann schatten sie sehr gruselig aus, James. Hier war das, wo wir das Medici gefunden haben. Die vielen Medici. Zwei Medici hatten wir jetzt. Hier ist auch nichts. Gucken wir uns diese kleine Box hier noch mal an. Das war ein Strähnchen. Ja. Und dann gibt's der letzte. Hier war das mit der Krankenschwester. Guck mal, hier sind die, wo die Leiche von Beck ist. Warum ist die Leiche weg? Schon liegen dran. Aber die anderen im Flur liegen noch da. Ich will keine. Dann bleibt dir jetzt nur noch der... Dritte Stück. Dritte Stück. Außer du musst die linke Seite hier noch kontrollieren. Ich hab es ja nur rechts kontrolliert. Ich meine, in dem Flur. Ja. In dem Rechtsflur kann ich ja kaum was auch gucken. Hier müsst ihr ja sowieso wieder rechts gehen, um zum Tablo auszukommen. Okay, da kannst du nur Eximination suchen. Aber guck den, die tut es mal an. Der letzte Raum vor der Tür. Und in der Dayroom kannst du hier auch gucken. Ja, doch. Die Tür ist nicht kontrolliert. Ja, weh. Weiter. Ja, ich weiß. Hier ist der Aufzug erst. Ja. Nur wenn James nicht so viel schwanken würde. Sag. Doch, hier kommt auch... Nein, hier waren wir noch nicht drin. Die Tür ist nicht eingezeichnet. Muss? Verstreute Papiere. Ganz normale weiße Papiere. Uuuuh. Ich weiß nicht. Verstreute Papiere. Ganz normale weiße Papiere. Ich weiß nicht, was du suchtest. Doch, hier haben wir es auch schon drin verlaufen. Schreibmaschine, da kann ich nichts anfangen. Jetzt aber... Moment mal, was ist das? Man bleibt Kronenpapier im Schreibmaschinen eingespannt. Man kann den hinterlassenden Andrücke lesen. 6, 8, 1, 3. Gut, jetzt muss ich nur die Box wiederfinden. Ich weiß, wo sie ist. Dritte Stock. 6, 8, 1, 3. Ich merke mir das. Und du gehst jetzt nochmal in den Dayroom. Ja. Jetzt muss ich jetzt erst hier raus. Nein. Doch. Nein. Ich gucke noch mal auf der Karte. Ja, ich hätte auch gerade etwas weiterlegen können. Ach. James, was war das denn? Die anderen Tür, die anderen Türen gehen mich meist nicht auf. Ja. James hat einen Ausfahrschritt gemacht. Mhm. Da. Kennst du das nicht? Du kennst das nicht. Nein. Ich habe noch nie was davon gesehen. Und das ist das erste Mal, dass ich es selber spiele. Selbst passiert? Nein. Es kann nicht geöffnet werden. Hast du schon einen dritten Stock gekontrolliert? Wait. Oh, wir sind schon drüber. Okay, dann sagen wir auf Wiedersehen. Bye, bye.